Und ab 1 Minute 48 steht das Lied ab. Hey Jungs, du bist eine Runde neu. Ich spiel in deinem Zustand sicherlich jetzt keine Runde neu mit dir. Team Ranks, ups. Es ist wieder auch mit. Ja. Ja, hat wie gesagt. Es ist wieder auch mit Team Ranks. Du, ey. Thomas, sag mal dafür, dass dein Stream auf dem Livestream läuft. Der Starcraft, sollst du mal in die Kamera gehen? Nee, mach nicht. Brauch nicht. Du wirst ja, dass du es kannst. Der Starcraft, der Starcraft, der Starcraft, der Starcraft, der Starcraft, der Starcraft, der Starcraft. Ey, halt dein Ball. Markus, hör dich auf, Herr. Oh, ey, das ist ja falsch. Ich hau' dich gar nicht. Oh, das ist falsch. Ah, die Fresse. Was, 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 was gerade vorangelegt? Ahhhh. Schuhe, so, dass wir zum Herzen sind. Das ist mir scheißegal. Ich hau' die Kasse ausmau'n. Ey, was ist die? Der hat's doch verdient, oder? Du kannst du das nicht? Wurterzucken. So, ja. Ey, Jungs. Ja? Ich hab' den Teamstreek. Ich würd' gern mal ehrliche Meinung haben. Ja? Also, ganz ehrlich. Ja? So. Hör' mir ruf. Ah, Rinas, wenn du? Ja, ich hör' dich. Vor allem deine Meinung hätte ich gern. Ähm, ja, pass mal aus. Der Markus hat gesagt, der hat was am Rücken. Und ich hab' fünf Wochen, dass er was... Also, was zu dir gemacht hat. Ich hab' den Rücken, Alter. Er ist doch prima. Und... Ähm... Ja, der... Und ich hab' den Rücken, Alter. Ich hab' den Rücken. Ja, ich hab' den Rücken. Ja, ich hab' den Rücken. Ja, ich hab' den Rücken. ich mache mir ab! Du schöner Hurenkopf! Aua! 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 Vom Schnee! Oh, das ist Deo hier! Deo, du Angst! Machst den Rauchmelder damit, wenn du noch ein bisschen weiter sprühst, aber mach nicht so weiter! Markus, guck mal! Markus, guck mal! Was ist das? Markus, guck mal! Wenn du nicht rausguckst, was ich hier habe, dann hau ich dir damit die Fresse ein! Was habe ich dir? Vielleicht dein Penis oder so! 3, 2, 1, was habe ich dir? Irgendeine Flasche, Jägermeister! Genau! So, pass mal auf! A, ich schüttel dir die über! A, ich schau dir den Hörübernkopf! C, du bist fachlich! Was willst du? Ey, ich will schlafen, halt die Fris! Alles klar, du hast A gewählt! Ey! Nein, hör auf jetzt! Sie, ich wollte dich nicht! Entschuldigung! Was? Du bist freundlich! Was glaubst du? Ich bin freundlich! Du bist echt freundlich! Ja! Ja, aber bitte! Nein, 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 nein! Wenn du freundlich bist, musst du mitsehen! Was ist das beste sequellem啊 ein, ja, okay! Aber warte! Das sagt soweit. Da ist das beste der tranzacher, w quand man muss. Ja, ja! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Hahaha. Oh, oh, oh. Heu! Nichts wie bei uns! Hä? Wer ging los? Die? Eine Litte Gacke? Ne, beide! Ja! Ich habe ja meinen Debut mit Markus in den Arzt. Was? Ey, was ist... Markus! Ja? Sag mal, One Day May the Peace! One Day May the Peace! Habt ihr gehört? Das ist Romain Lopez! Was? Hallo, ich habe nicht verstanden. One Day May the Peace! Ey, Fahri, es hat die Hexz nur da vergessen. One Day May the Peace! Ja, ich habe nicht verstanden. One Day May the Peace! Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo ist Krippler? Krippler! Krippler hat heute geboten! Ey, Krippler hat heute geboten! Ey, Krippler hat den Top? Ne, wie war ein Paul? Wie war ein Paul? Ey, Jo, was geht? Lange Angst! Ey, du trägst ein Schild! Halt! Jetzt steht der schwache Penis in der Hand, denn da ist alles in Ordnung! Halt mal, Ull! Halt! 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 Ah, ich bin jetzt ein Mofo! Halt! Halt! Ey, Krippler! Wollen wir noch einen geben? Halt! 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 Nimm dich vielleicht! Halt! Die Zigaretah! Crast! Ah, Cavi. Ah, weißt du Не zu! Es war die ich aufs Ne guests! Aber ich hab Martin gehörrt! Ey, Danny! , Danny! Komm, mal her! Ne, komm mal her! Sag mal, sag mal hallo zu den Jungen. Das ist wieder so aus dem Live-Sport, sag mal hallo. Hallo. Das ist ja klar. Ja, 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 ja. Krass, dann ruf man dein... So ein Riff muss man sein. Willst du die nächste Sache eigentlich noch mal mit dir? Ja, ja, klar. Kann ich mir was machen, oder? Bei uns die Datenbank war irgendwie das mit dem Arsch. Ja. Ich wollte mal die Namen von dir bei dir mitspielen, lol. Kann ich machen, ja. Kann man das mal noch mal beordentlich machen, ja. Ja, ja, hab ich eigentlich auch schon gemacht. Was? Nee, was war bei euch, oder? Ja, das ist Bescheid gesagt. Ja, ich sage mal, ich muss den wenigstrekten. Hallo, mein Name! Was берet! Dennis! Ich habe keinen Bock auf Schicksalerspiele! Ich habe keinen Bock auf Schicksals. Nein, 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 nein. Ganz gleich so. Kannst du mich, das ist so? Nein, nein. Was? Du kannst mal eine Pizza? Die ist mega geil. Ja, mach mich mal. Mach mal so, ich mal probieren. Hey, das ist mein Handy. Komm, bin ich ja voll so wohl locker drin. Aua, Aua! Alles toll! Markus, Retsküppel und Pessi und Pesarian. Das Retset. Wo ist es geil? Ja, das ist geil. Ach so, SteelSeries. Was cool an den Dingen ist, ähm, hier guck mal. Was ist denn? Ist die schon fertig? Ja. Was? Was? Hallo? Oh, du bist klasse, Mann! Du bist klasse! Mega gut. Aber das ist cool. Aber ich hole mir die selber raus. Ich kann ja. Also das Rededinger ist hier. Okay, danke. Und hier diese Leuchten da. Sie reagieren auf den, ähm, den Ton, der es gibt. Also das ist so neustend neben der Sitz. Ist doch mega geil, weil es so klingt. Wenn der Bett ist, dann kann ich ja gleich gehen. Ja, und, ähm, ich kann ja so Leder hören, ne? Das heißt, du hast nichts vorausgerufen und das ist mega geiles Soundquatch. Danny, ich kann das Headset nur ans Herz legen. Also wenn du ein neues... Ja, wenn du ein neues Headset... Ja, das ist ganz ehrlich, ähm... Freitag fällst du nicht? Das sag ich dir jetzt auch noch, ähm... Freitag fällst du nicht mit diesem... Probe-Sent weg. Eben, die... Eben, die... Eben, die... Oh! Was los, Tessi? Ist die auch so geil wie Arno? Wer ist'n das? Wally? W-wom ist'n die Uni? Ist das Wally? Nee... Oh, schräg... Nee, dafür wie ich... Nee-… Nee, voll gar nicht. Haz ich Gesicht dein. Nee. Alles... Du bist heiß, Mann. Jedement. Sei also, äh, da oben da... Ey, Danny, wir trinken aber noch einen süß, oder? ? Ja, aber auf jeden Fall, man... Ey, was hast du denn hier? Flashball 박 inglés, Er macht einen Rocker-Ring-Bahn! Weißt du, wie eh so Feuerbring gekommen wird? Leck und Wixen wird da drauf eingehen da. Alles klar, Mann! Doch, wie ging das denn? Los! Ey Fabi, was ist da los? Ist wo los? Smopped! Denny ist vertrunken! Du nicht, oder was? Doch, aber nicht so sehr! Krippler! Krippler! Komm mal her! Ey Krippler! Laufen! Ja? Laufen wir jetzt! Willst du saufen? Ja! Krippler will saufen, Mann! Tschüss! User disconnected from your channel! Wie? Jetzt ist der Spaßfaktor weg, oder was? Ja. Wenn ich mach' so ne Pause hier und das lade ich dann auf YouTube hoch. Ja? Ja! Ja! So hab ich noch was verraten! Ja! Ja! Vielen Dank.